Sie ist anstrengend, aber das Positive daran ist einfach, dass wir schon das Gefühl haben, dass das Gericht sich jetzt wirklich inhaltlich mit den maßgeblichen Faktoren auseinandersetzt, dass sie den Sachverhalt auch erheben und die Umstände auch, die dazu geführt haben, zur Ausreise ernst nehmen. Was streben Sie an jetzt in dieser Verhandlung, die ja heute um 18 Uhr zumindest mal so anberaumt ist, dass sie dann abgeschlossen ist? Was erhoffen Sie sich, was erwarten Sie sich und was wünscht sich Ihre Mandantin? Unsere Mandantin wünscht sich, dass sie endlich nach Österreich zurückkehren kann. Und wir hoffen, dass das Gericht diese Umstände alle berücksichtigt und letztlich seitens Österreich eine Entscheidung getroffen wird, dass sie zurückkommen und dann natürlich hier auch einem Strafverfahren, die Maria natürlich zugeführt wird, das, was ihr ja auch bewusst ist und nie in Abrede gestellt wurde. Es hat ja schon 2019 einen Versuch gegeben, über das Außenministerium zu intervenieren. Da hat es dann geheißen, man würde die Kinder aber nicht die Mutter bringen. Heute ist das noch einmal ins Feld geführt worden. Aber ist das nicht ein bisschen hanebüchend, Kinder von ihrer Mutter wegzunehmen? Also im Hinblick darauf, dass die Mutter die wirklich einzige Bezugsperson ist und der einzige Stabilitätsfaktor, den diese bestimmt äußerst traumatisierten Kinder haben, ist das aus Sicht der Kinderrechte ein Fauxpas aus meiner Sicht. Wie würde Ihre Mandantin jetzt zurückgeholt werden, beziehungsweise alle drei Mandanten, Sie vertreten ja auch die Kinder. Was würde der erste Maria G. dann drohen, wenn sie wieder in Österreich wäre? Ebennachdem der Haftbefehl mittlerweile auch fürs Inland aufgehoben ist, unter anderem mit der Begründung, die schon in den Medien war, dass man im Hinblick auf die angestrebte Rückreise keinen Tatverdacht mehr annimmt, keinen unmittelbaren, der eine U-Haft, also Untersuchungshaft rechtfertigen würde, nehme ich an, dass sie einmal von der Polizei einfach einvernommen werden würde und diesem Strafverfahren würde sie sich natürlich schälen. Wogegen würde da ermittelt werden eigentlich, gegen welche Straftat? Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung.